Ich bin bei Apple Maps zu sehen, aber das Bild ist ziemlich alt und langweilig, deshalb habe ich mir eine 360-Grad-Kamera gekauft, um eine 360-Grad-Aufnahme zu machen, um es dann bei Google Maps einzureichen. Doch was wäre das passende Motiv dafür? Ein Hotdog-Kostüm mit Sonnenbrille und einem Schild, wo folgten OL draufsteht. Ich bin jetzt im Park, Zeit für die Aufnahme. Diese Aufnahme habe ich jetzt bei Google Maps eingereicht, die Überprüfung dauert aber ein paar Tage. Und bei 70.000 Likes kommt in Part 2 die Auflösung sowie die Koordinaten folgt, um das nicht zu verpassen.